Vor diesem Tag habe ich mich gefürchtet. Ich muss über Wächter der Macht reden. Im Original Legacy of the Force. Wo fange ich an? Das hier, Wächter der Macht, war das nächste große Projekt nach der Buchreihe Das Erbe der Jedi-Ritter und oh mein Gott. Tag und Nacht, was die Qualität angeht. Ihr wisst ja, ich liebe das Erbe der Jedi-Ritter. 19 Teile und ich finde, sie sind alle stark, bis auf den einen von Troy Denning. Also ratet mal, was ich von Wächter der Macht halte. Welches nicht nur drei Bücher hat, welche von Troy Denning selbst geschrieben wurden, sondern dessen gesamte Story und all diese Details von Troy Denning persönlich stammen. Wir wissen ja, er ist meine persönliche Nemesis, er ist mein Erzfeind. Und oh mein Gott. Wächter der Macht. Oh mein Gott. Ich habe es schon angesprochen, während meinen Reviews zu Dunkles Nest, seiner unfassbar großartigen Käfer-Trilogie. Troy Denning ist ein grauenvoller Autor. Er versteht Star Wars nicht. Er versteht die Macht nicht. Er versteht die Jedi nicht. Er hat einfach keinen Plan. Er respektiert die Arbeit anderer Autoren nicht. Und er ist im Grunde schlicht und ergreifend ein perverses, blödes Arschloch. Sein Äquivalent in der Filmwelt wäre Zack Snyder. Ein hochtrabender Edge-Lord, der glaubt, er wäre so viel schlauer, als er wirklich ist. In Wahrheit ist er ein Punk. Er ist ein Teenager in seiner Emo-Phase, der nie erwachsen geworden ist. Das ist Troy Denning. Und diesen Mann gibt man jetzt die vollständige Kontrolle über das Expanded Universe. Sie haben ihn nach einer Idee gefragt für die nächste große Buchreihe. Und damit kommen wir zu den Behind-the-Scenes-Infos. Das hier wird nicht so detailliert wie bei Das Erbe der Jedi-Ritter. Denn es gibt nicht so viele Details, was hinter den Kulissen ablief, wie Wächter der Macht Legacy of the Force zustande kam. Wir wissen folgendes. 2005 waren die Prequels fertig. Und ich glaub 2003 war Das Erbe der Jedi-Ritter abgeschlossen. Und jetzt war natürlich die Frage, okay, was machen wir als nächstes? Prequels sind fertig, wir haben dazu allerlei Prequel-Romane rausgebracht. Gutes Zeug. Unsere Post-Endor-Story, Das Erbe der Jedi-Ritter, auch groß angelegte Sache, ist jetzt auch beendet. Und dann hatten sie eben diese Darkness-Trilogie und die sollte kein Plan. Einfach Prequel-Elemente in die Post-Endor-Ära einfügen? Das ist nicht sexy. Aber die Story dieser Trilogie war ihnen ja egal gewesen. Da durfte Denning machen, was er wollte und wir bekamen Käfer-Orgien. Bugs. Ich glaube, die Leute, die Star Wars lachen, sind visuell sexy. Und eine der Dinge, die ich versuche, ist, zu sparen, ein sehr viel Zeit zu schreiben, zu schätzen, ein Paragraf oder zwei, um eine Szene zu öffnen. Das beschreibt den Sex und Denning hat ja zugegeben, in der Mitte vom Schreiben von der Dunkles Nest-Trilogie hatte er die brillante Idee. Oh mein Gott, Vergier. Der Charakter aus Erbe der Jedi-Ritter, sie war eine Sith und sie wollte Jason zu einem Sith machen. Also mal komplett umstrukturieren, komplett ändern von allem, was in New Jedi Order, das Erbe der Jedi-Ritter, passiert ist. Klasse. Und deswegen habe ich ja gesagt, Dunkles Nest ist keine Fortsetzung von das Erbe der Jedi-Ritter. Es ist keine Fortsetzung vom Expanded Universe. Es ist eine gewaltsame Übernahme durch einen perversen Vollidioten. Und die Dunkles Nest-Trilogie stellt den Übergang dar in Legacy of the Force. Denn Denning wurde dann um diese Zeit 2005 isch rum gefragt, was ist eine Idee? Hast du eine Idee für eine neunteilige Buchreihe, die wir sowieso planen? Und zuerst sollte das hier eine Old Republic-Reihe sein. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Story hatten, aber bei Delray, die dachten sich, okay, nochmal eine große Reihe, neun Bücher. Was die Story ist, ist uns relativ egal. Wo platzieren wir es in der Timeline? Und sie dachten sich, oh, das machen wir Old Republic, weil Old Republic ist gerade auch der heiße Scheiß. Wegen Kotor, dem Videospiel und alle sind voll geil drauf. Also ihr wisst schon, cash in. Aber dann kam Denning. mit seiner Idee. Machen wir doch einfach nochmal die Prequels. Die sind gerade erst bent, aber machen wir sie nochmal. Einfach nochmal die komplett selbe Story. Wir haben einen Jedi, der zur dunklen Seite fällt, wir haben eine galaktische Regierung, die zerfällt und in einen Bürgerkrieg gerät und bla und wir haben einen Sith, der im Hintergrund die Fäden zieht und bla bla bla. Machen wir das alles nochmal, aber irgendwie machen wir es noch schlechter. Und da haben sie gesagt, geil Troy, du bist so ein geiler Hengst. Und dann haben sie es gemacht. Und dann bekamen wir Wächter der Macht. Neun Bücher. Neun Bücher. Lasst euch, lasst das auf euch wirken. Das hier ist nicht so, es ist für mich anders als die anderen schlechten Bücher. Ein Standalone oder eine Trilogie, weil es da nach einem Buch vorbei ist oder höchstens drei. Das hier sind neun Bücher. Mit einer Story, die ich zum Kotzen finde, die einfach respektlos ist, die nicht funktioniert in keinster Weise. Ach, aber okay, zurück zu den Behind the Scenes. Also, sie hatten die Idee, sie haben es dann bekannt gegeben, okay, die Reihe wird Legacy of the Force, also das Vermächtnis der Macht. Wieso es im deutschen Wächter der Macht ist, keine Ahnung. Wieso sie die Macht bewachen, was weiß ich, wer die Wächter sind, da fragt ihr mich zu viel, fragt den deutschen Verlag. Auf jeden Fall, Legacy of the Force, der Titel ist witzig, denn zur selben Zeit begann John Ostrander und Jan de Seymour ihre gemeinsame Arbeit an der Comicreihe Legacy. Also auch einfach Vermächtnis. Und dann, als das den Verantwortlichen klar wurde, haben sie gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, wir setzen uns da zusammen und wir nennen, wir machen das Ganze die Legacy-Ära. Die Vermächtnis-Ära. Und die beginnt mit Legacy of the Force und endet mit Legacy, was ja 100 Jahre später spielt. Die Storys von den Legacy-Comics und dieser Romanreihe hier, Wächter der Macht, die sind nicht verknüpft. Die haben nichts miteinander zu tun. Legacy, die Comicreihe, ist eine Fortsetzung von das Erbe der Jedi-Ritter. Eine bessere, eine mehr respektvolle und eine direktere Fortsetzung. Da spielt der Usern-Wong-Krieg nämlich noch eine Rolle. So, aber Troy Denning konnte nicht alleine neuen Bücher schreiben. Ich meine, wie oft er sich da einen runterholen müsste, das hält der Mann ja nicht aus. Und deswegen kamen zwei weitere Autoren mit ins Boot. Zum einen hätten wir Aaron Olsten. So, was denkst du, dass sie Reboot Terminator wollen? Ist das etwas, du denkst, dass sie es tun sollen? Na, ich meine, es ist, aber, aber, äh, so, ähm, ähm, Das ist gut, ihr wisst, ich mag Aaron Olsten, ich liebe seine X-Wing-Bücher, seine Arbeit in New Jedi Order, war auch sehr gut. Und ja, insgesamt ein guter Autor, da habe ich nicht so viel dagegen einzuwenden. Er hat halt mit einer scheiß Story zu arbeiten. Aber Olsten an sich, okay. Und dann kam der dritte Autor mit ins Boot und das war Karen Travis. Oh, es ist die verrückte britische Frau. Ich liebe es, Geonosierer zu töten. Enormes Freude. Enormes Freude, enormes Spaß. Wo fange ich an, zu sagen, wie dumm das ist? Ich schätze, ich weiß es nicht, aber ich schätze, das war so eine Art Marketing-Entscheidung. Denn Karen Travis war zu dieser Zeit noch ein relativer Neuling im Expanded Universe. Sie hatte zwei Bücher rausgebracht, wenn ich mich nicht täusche. Die ersten beiden Republic-Commando-Bücher. Und die Fans waren damals so, oh mein Gott, Der Republic Commander ist die beste Buchreihe aller Zeiten. Oh mein Gott, die Klone und alles. Oh mein Gott, und das Militärzeug und so. Ja. Und da dachten sie sich, ja komm, Karen Travis ist gerade auch voll beliebt. Die holen wir auch mit ins Boot. Und jetzt haben wir hier das Dream Team, dieses fantastische Trio, das sie die Arbeit leisten wird. Spoiler. Sie haben keine fantastische Arbeit geleistet. Ich freue mich. Ich komme in nur zwei oder drei Tage. Ich muss nicht wirklich hart arbeiten. Sie nehmen mich zum Essen. Die Leute haben meinen Ego. Was ist das nicht zu lieben? Wir haben dafür eine Konstellation von Autoren. Wir haben einen guten Autor, Aaron Olsten. Wir haben einen verblödeten Perversling, der keinen Plan von irgendwas hat, Troy Denning. Und wir haben eine N***e, Karen Travis, die ihre Fans ja bekanntermaßen als Telefans bezeichnet. Also mit den Taliban vergleicht. So bezeichnet sie jeden, der ihre Bücher nicht mag. Und nicht nur die Hater, die sie beleidigen, sondern auch Fans von ihren Büchern, die eine Sache kritisieren. Dafür war sie bekannt. Karen Travis, sie war der Chuck Wendig des Expanded Universe. Eine absolut hasserfüllte, grässliche Person, mit der man niemals in Kontakt treten sollte. Und ähnlich wie Denning hatte sie keine Ahnung von Star Wars. Sie hat selbst immer stolz gesagt. Sie liest keinerlei Star Wars Bücher, die sie selbst nicht geschrieben hat. Diese Tatsache werde ich noch ein paar Mal erwähnen. Im Laufe dieser Review-Reihe. Oh, und zudem sagte sie immer wieder gerne, die Jedi-Ritter seien Nazis. Sie sind das pure Böse. Und Order 66 war lange überfällig. Um es mal klar auszudrücken. Sie haben für diese Buchreihe, Wächter der Macht, welche sich ja mit dem Jedi-Orden rund um Luke beschäftigen soll, ein Autor ins Boot geholt, der die Jedi-Ritter für Nazis hält. Und sie verabscheut. Das ist auch eine ironische Sache, dazu komme ich noch zu sprechen, mit Travis-Büchern. Dass sie denkt, die Jedi seien Nazis. Aber gleichzeitig beschreibt sie die Mandalorianer als die von Gott ausgewählte perfekte Rasse, die diese dreckigen Juden-Yedi auslöschen muss. Diese Anhänger dieser dämlichen Religion, die müssen allesamt vernichtet werden, direkt in die Gaskammern. Und ja, das ist auch so ein interessantes Detail. Aber heute reden wir ja über den ersten Band von diesem Scheißdreck. Und das ist Intrigen. Im Original Betrayal von Aaron Alston, Rest in Peace. Ja, er konnte diesen Scheißamänner auch nicht mehr mitmachen. Also. Well, the Legacy of the Force series begins about 40 years after Star Wars A New Hope. At this point Luke and Leia are about 58, 59 years old and Han about 10 years older. The series starts with Jason, who is the son of Han, and Ben, the son of Luke, Jason the master, and Ben, his Padawan, his learner, and they're on a mission. It's a happy time. They're adventuring. It's kind of carefree. They visit a world, do some, have some action, then they go home for a family reunion. It's all very, very light, and it's sort of a snapshot of the happy solo Skywalker family just before things turn very, very, very wrong. The Sith still manage to cast their dark shadow across the universe because the dark side is in all of us, and all they have to do is find a way to get in touch with it. They get in touch with Jason's ****, so it leads to a terrible moral question, and that's what is the driving force behind the driving force. The family ties are very, very important all through the Legacy of the Force series. I mean, it's the Legacy of the Force, actually. We concentrate on the Skywalker and Solo families, parents, children, children, parents, brothers, father, children, sister, brother, sister, father, daughter, children, the relations they both had to Darth Vader, who is the daughter of both Luke and Leia. Because the series involves a civil war in the galaxy and members of those families have to figure out how to deal with one another as children, it's very complicated and heart-wrenching. No. The characters are not charged with the character, it's very complicated and that's why it's not really Aaron Olsons' fault. I'm told to this story, I'm told to do this, the characters must do and behave so, so that they can behave. And there we are now. And here are a couple of nice things in the world, because it's Aaron Olsen and he can write, but, oh my God, this here is Fanfiction. Ich hatte dieses Gefühl so gut wie nie im Rest des Expanded Universe. Das hier fühlt sich an wie etwas, das ich auf Fanfiction.net lesen würde. Das fühlt sich nicht an wie etwas, das der Verlag ernsthaft veröffentlicht hat, weil es keinen Sinn ergibt. Es passt nicht. Es passt nicht in die Kontinuität. Und da steckt der Teufel im Detail. Es funktioniert nicht als Fortsetzung von das Erbe der Jedi-Ritter, weil es das alles verfälscht. Es ergibt keinerlei Sinn. Besonders in Bezug auf Jasons Charakter, aber auch noch sehr viel sonst. Denn hier wird auf Biegen und Brechen einfach alles so hingebogen, dass es sich anfühlt wie die Prequels. Mit demselben Setup, was keinen Sinn ergibt nach dem Ende von New Jedi Order, RBD Jedi-Ritter. Es macht mich richtig wütend. Also, oh Gott. Intrigen. Ich habe es im Grunde schon gesagt. Erinnert ihr euch an die Prequels? Das hier ist die Prequels. Wir haben einen galaktischen Konflikt, der sich zu einem Krieg ausbreiten könnte. Wir haben einen Jedi, der der dunklen Seite anheim fällt. Wir haben einen Sith, der im Hintergrund die Fäden zieht. Wir haben einen Jedi-Orden, der keinen Plan hat, was vor sich geht. Die Jedi sind übrigens auch wieder auf Coruscant. War schon in der Dunkles Nest-Trilogie so. Sie sind im exakt selben Jedi-Tempel wie in den Prequels. Der exakt wieder so aussieht wie in den Prequels. Sehr schön. Dasselbe gilt auch für das Senatsgebäude. Bei dem ich mir 90% sicher bin, dass es definitiv in den Bantam-Büchern, aber auch in den New Jedi Order-Büchern, das Senatsgebäude sah dann anders aus. Aber ja, wir sind hier, wir haben ja einen Schritt zurückgetan. Es fühlt sich an wie die Prequels. Es sieht visuell aus wie die Prequels. Es ist ein Buch, wir sehen es nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Es wird beschrieben, wie die Prequels aussehen. Und dieser drastische Wechsel erinnert mich an Jedi-Chroniken Tales of the Jedi im Vergleich zu KOTOR, Knights of the Old Republic. Das haben sie auch aussehen lassen wie die Prequels. Und nicht wie das, keine Ahnung, ägyptisch angehauchte Zeug, das wir in Tales of the Jedi hatten. Was besser aussah, weil es altertümlich aussah. Aber ja, weiter geht's. Das ist, das ist erst die Spitze des Eisbergs. Wir sind noch nicht mal da, oh mein Gott. Ich will auch nicht lange über diese Bücher reden, also machen wir's schnell. Die Story ist im Grunde, dass Corellia mal wieder Ärger macht, denn sie wollen wieder unabhängig werden. Und das will die Galaktische Allianz nicht zulassen. Und jetzt sagen alle, oh, ein Mitgliedsstaat will seine Unabhängigkeit. Die Galaktische Allianz will das nicht zulassen. Die sind ja voll wie das Imperium. Oh, 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 das Imperium ist wieder da. Und Corellia rüstet sich da zum Kampf, weil es sind halt Arschlöcher. Und Freckenzalzolo ist an der Macht. Wieso? Wie ist das überhaupt möglich? Seine Story, Freckenzalzolo ist schon wieder an der Macht auf Corellia. Ich weiß nicht wie, es wird auch nie erklärt, er ist halt wieder an der Macht. Falls ihr euch noch erinnert, wie seine Story ausging in das Erbe der Jedi-Ritter. Er wurde da als Mitverschwörer mit den Usern Wong dargestellt. Das gesamte Volk von Corellia hasst ihn, wird uns gesagt. Und seine Karriere ist komplett im Arsch und er landet am Ende da im Gefängnis. Und er plant schon seinen Ausbruch und das ist so ein witziges Ende, dass er schon seine nächsten Schritte plant. Aber irgendwie hat er es tatsächlich zurück ins politische Amt gebracht, das er zuvor auch bekleidet hatte. Fast so, als wäre New Jedi Order nie passiert. Das ist ein durchziehendes Thema durch diese verfickte Textbuchreihe. Wächter der Macht. Und hier kommt auch, okay, die Corellianer machen schon wieder Ärger. Langweilig, das haben wir schon gesehen. Nennt sich die Corellia Trilogie von Roger McBride Allen. Das ist auch ein großer Punkt, den ich habe. Diese Buchreihe hat keinerlei Kreativität. Hier sind keine neuen Ideen drin, hier ist nichts drin. Das hier ist die Prequels nochmal. Aber jetzt eben nach Episode 6. Diese verfickte Buchreihe ist das Äquivalent zur Disney Sequel Trilogie in jeder Weise. Beschissen geschrieben, beschissene Charaktere. Respektlos gegenüber dem Material, das zuvor kam. Nicht kompatibel mit dem, was zuvor kam. Weil es drauf spuckt. Es scheißt drauf. Das Zeug, das davor gespielt hat, hätte genauso gut niemals passieren können. Oder drastisch anders passieren können. Und hier haben wir jetzt also nochmal die Corellia Trilogie auf Reckon macht Ärger. Und er will schon wieder die Centerpoint Station einsetzen, um seinen Willen durchzusetzen. Und dann der Twist hierbei ist, oh, aber da ist ein Sith im Hintergrund, der wieder die Fäden zieht. Erinnert ihr euch an die Prequels? Also, diese ganze Story spielt übrigens 10 Jahre nach New Jedi Order. Falls es euch interessiert. Jason, der ja jetzt ein komplett anderer Charakter ist. Geno, wie ich ihn gerade nenne. Jason in Name Only. Er ist ja jetzt der Jedi-Ritter und er ist quasi Ben Skywalkers Meister. Und die beiden finden raus Adumar. Beliefert Corellia mit Waffen. Das ist eine okaye, nette Verknüpfung zu Starfighters of Adumar. Aaron Alstons X-Wing-Roman. Mein persönlicher Lieblings-X-Wing-Roman. Also das ist okay, das ist okay. Und es kommt zu blöden Konflikten innerhalb der Solo-Skywalker-Familien, die keinerlei Sinn ergeben. Weil Han Solo ist plötzlich ein vollkommen amerikanischer Patriot. Ihr könnt das mit meinem Land nicht machen. Das ist mein Land. Freiheit, Gerechtigkeit, was auch immer für ein Scheißdreck. Und er ist vollkommen auf Corellias Seite. Obwohl sein Cousin Fracken an der Macht ist. Und Han weiß ganz genau, dass Fracken ein rassistisches, geistesgestörtes, psychopathisches Arschloch ist. Aber keine Ahnung. Okay. Von... Pfff. Wen juckt's? Luke Skywalker ist auch ein dummes Arschloch. Er und die Jedi sind im Grunde... Wie die Jedi in den Prequels. Sie sind die dummen Handlanger der Galaktischen Allianz. Sie machen alles für die Regierung, ohne es zu hinterfragen. Sie sind einfach nur deren Polizeitruppe. Wundervoll. Das ist genau das, was am Ende von New Jedi Order niemals passiert wäre. Das wurde da angesprochen. Da wurde... Erinnert ihr euch an Vereint durch die Macht? Den Roman, der war großartig. Wie er eine bessere Zukunft versprochen hat. Wie er uns gezeigt hat, dass das bestimmt passieren wird. Weil es wurde ja so viel gelernt und es hat sich so viel entwickelt. Nö, 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 nö. Hier sind wir. Hier stehen wir. Hier sind nochmal die Prequels. Ohne Kreativität. Ohne neue Ideen. Ohne alles. Ein aufgewärmtes Reste-Essen. Und beschissene Reste, was das angeht. Die Art von Resten, die euch Durchfall bescheren. Nö, nö, nö. Aber kommen wir zurück zu diesem verblödeten Vollidioten Luke Skywalker. Da gibt's nämlich was Interessantes. Das hatte ich so als Witz mal erwähnt. Und das Luke in dieser Buchreihe Wächter der Macht quasi immer zu schläft. Und jetzt habe ich offiziell mal mitgezählt, weil ich die Bücher gerade nochmal lese. Ich lese diese Bücher gerade zum zweiten Mal. Im Moment, in dem ich das hier aufnehme, bin ich mit Buch 3 fertig. Ich bin depressiv. Ich hasse mein Leben. Ich hasse diesen YouTube-Kanal. Ich hasse alles im Moment. Und ich habe nur ein Buch von Troy Denning. Aber ich dachte mir, um zumindest etwas unterhalten zu sein, während ich diese Scheiße hier nochmal durchziehe, behalte ich mal im Auge, wie oft Luke Skywalker schläft in dieser Reihe. Und wie oft er aus einem Albtraum aufwacht. Denn ich habe mal im Witz gesagt, das passiert mindestens 15 Mal. Wisst ihr, wie oft es jetzt schon passiert ist? In den ersten drei Büchern? Fünfmal. Und wir haben neun Bücher, also ich glaube, meine Schätzung war ziemlich richtig. Das werden wir dann sehen. Ich zähle mal weiter mit. Also die Story ist vollkommen egal. Es kommt zu Verhandlungen zwischen Corellia und der Galaktischen Allianz. Da bekommen wir auch ein bisschen Pallion. Das ist gut. Pallion ist immer gut. Und sie treffen sich auf so einer Station im Kuwait-System. Und da kommt es zu einem Attentat. Die Repräsentantin von Corellia wird getötet. Und da droht die Lage weiter zu eskalieren. Und Jason Solo geht dann einigen Spuren nach, die er dort findet. Und das führt ihn zu Lumaya. Auch bekannt als She-Ra-Bree. Sie ist die dunkle Lady der Sith. Die dunkle Machtnutzerin, die diesen Krieg manipuliert. Sie will, dass er eskaliert. Weil sie Jason auf die dunkle Seite ziehen will. Okay. Mehrere Punkte. Mehrere Punkte, die ich jetzt ansprechen muss. Erstens. Die Art und Weise, wie Lumaya Jason zu sich lockt. Sie lässt am Tatort ein Ding zurück. Ich nenne es ein Ding, denn es hat keinen Namen. Und ich kann es mir auch nicht visuell vorstellen. Ich habe keinen Plan, was diese Scheiße ist. Nennen wir es einfach das Souvenir. Sie lässt also das Souvenir zurück. Und es ist irgend so eine komische Ansammlung von Knoten. Und all diese Knoten sind verschiedene Knotensprachen, die man auf verschiedene Weise entschlüsseln muss. Und wenn man das dann in Basic übersetzt, ergibt es eine Sith-Prophezeiung. Und Jason denkt sich so, als die ersten paar Dinger übersetzt sind, denkt er sich, Oh, oh mein Gott, das trifft genau auf mich zu. Und dann trifft er am Ende auf Lumaya, a.k.a. Shirabri. Er und Ben sind gemeinsam unterwegs und eine andere Jedi, die hier erstmals eingeführt wird, Nelani Din. Und sie begleiten Lumaya zu ihrem Versteck, einem Asteroiden, der mal einem Sith-Lord gehört hat, namens Darvectivus, der laut Lumaya ein echt freundlicher, netter Kerl war. Und hier erzählt sie Jason auch, sie will, dass er auf die dunkle Seite wechselt, weil es so vorherbestimmt war. Es ist sein Schicksal. Denn er wurde bereits ausgebildet in den Künsten der dunklen Seite. Von Virgie. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo fange ich an? Das ist die dümmste Scheiße, die ich je gehört habe. Ich will nicht Aaron Olsten hier haten. Das tue ich nicht. Denn das war Troy Dennings' Idee. Hat er ja selbst zugegeben, mehrfach. Er hat sogar ein Virgie-Kompendium geschrieben. 20 Seiten, wieso das total Sinn macht. Die hatte aber nie, also diese Inhalte, wieso das total Sinn macht. Das hat Dennings in sein Virgie-Kompendium geschrieben. Das hat er nicht in diese Buchreihe geschrieben. Ja. Oh mein Gott. Das vergewaltigt. Und ich benutze dieses Wort mit Absicht. Vergewaltigt. Die gesamte Buchreihe des Erbes der Jedi-Ritter. Das wirft die gesamte Buchreihe zum Fenster raus. Und hier ist der perfekte Vergleich. Yoda war ein Sith. Jetzt guckt die Original-Trilogie nochmal. Es ergibt total Sinn. Er wollte, dass Luke seinen eigenen Vater umbringt. Er war ein Sith. Er war böse. Böse! Böse! Er wollte, dass Luke zum nächsten dunklen Lord wird und den Platz des Imperators einnimmt. Er hat ihn manipuliert. Und dieser scheißgrüne Wichsknilch. Dieser verdammte Zwerg. Das ist dasselbe, was hier mit Virgie passiert und Jason. Großartig, oder? Ich hasse das. Ich hasse es. Mehr als mein Leben. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und das ist der Grund, wieso ich diese Reihe als Fanfiction bezeichne. Es ist so respektvoll. Es reinterpretiert so viel Zeug. Aus den vorigen Büchern. Ach ja, und Jason, der hinterfragt das gar nicht. Der denkt sich, oh mein Gott, jetzt ergibt alles Sinn, weil Jir war immer so geheimnisvoll und vielleicht böse oder was weiß ich und blablabla. Und dann wird er zum Sith. Und dann sagt er, ja, jetzt werde ich zum Sith, weil... Ja, und da hat Troy Denning halt irgendwie vergessen, einen Grund anzugeben. Keine Sorge, wir bekommen so ungefähr ein Dutzend verschiedene Motivationen. Ich glaube, sein erster wird hier schon angesprochen. Oh, er will, grob gesagt, er will nicht, dass es irgendwie nochmal zum Krieg kommt. Niemals wieder. Deswegen wird er zum Sylph. Macht ja total Sinn. Aber dann ist die Motivation auch, wenn ich jetzt nicht Nelladie Din, die andere Jedi töte, dann töte ich in jeder Zukunft, die ich in meinen Visionen sehe, töte ich dann Luke. Und ich will Luke nicht töten, also muss ich sie töten und damit definitiv auf die dunkle Seite wechseln. Aber das wird später nochmal geradconnt und das wird in Fate of the Jedi, das Verhängnis der Jedi-Ritter, der nächsten Scheißbuchreihe, wird es noch weiter geradconnt, dass er nur zur dunklen Seite gewechselt ist, um seine Tochter zu retten. Vor der dunklen Seite. Es ergibt keinerlei Sinn. Es ist Schwachsinn. Und, oh mein Gott, es, Olsten nimmt es so ernst. Er tut mir so leid. Diese Szene, ich, man soll es ernst nehmen? Als Leser? Und sich denken, Jason, nein, er, wie konnte er sich nur hierzu entwickeln? Oh mein Gott, was passiert? Und ich habe währenddessen nur so gemacht. Einfach ein paar Furzgeräusche. Denn, oh mein Gott. Das ist, es fühlt sich an, ist mir beim Lesen aufgefallen, es erinnert mich an die Martha-Szene aus Batman wie Superman. Falls ihr euch an den Klassiker erinnert. Es ist so unfassbar hirnrissig, dämlich und witzig. Und die Typen, die es gemacht haben, denken sich, das ist so ernst und es berührt euer Herz und, oh mein Gott, ihr seid so mitgenommen, das ist so dramatisch und, und alles. Nein, es ist scheiße. Es ist verblödete, dämliche Scheiße, über die man sich lustig machen sollte, weil es so dumm ist. Das ist im Grunde auch die ganze Story. Corellia sind ein Haufen Arschlöcher, es droht ein Bürgerkrieg, Lumaya zieht die Fäden, sie lockt Jason zu sich, sagt ihm, hey, du kannst diesen Krieg noch aufhalten, wenn du zum Sith wirst. Und Jason sagt, oh ja, klar, mach mal. Und dann geht's los. Und das war's. Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Und da ich es gerade schon von Redcons hatte. Und um zurückzukommen auf Lukes Narkolepsie. Er schläft, für den Großteil des Romans. Der Roman beginnt, erstes Kapitel. Luke Skywalker wacht gerade aus seinem Albtraum auf. Und er sieht eine Gestalt, eine dunkle Gestalt, den dunklen Mann. Mit Kapuze, er sieht sein Gesicht nicht, aber er weiß, oh mein Gott, da ist dieses Wesen. Er existiert noch nicht, sagt Luke. Und dann am Ende des Romans, nachdem Jason auf die dunkle Seite gewechselt ist, nachdem er eine Jedi getötet hat, sagt Luke, oh mein Gott, der dunkle Mann, jetzt existiert er, ich spüre irgendwas. Ich spüre eine Störung der Matrix. Und ihr denkt euch, oh, das ist was Ironisches. Hier wird gesagt, oh, Luke hat Angst vor der Entstehung eines Sith Lords oder so. Er spürt diesen dunklen Mann, er sieht das. Und dann wird Jason zu dem dunklen Mann. Und dann macht die Reihe so ein ironisches Ding. Und dann, nö, das wurde auch geradconnt. Der dunkle Mann ist Darth Krayt aus den Legacy Comics. Ja. Wieso ergibt das Sinn? Nö. Widerspricht das alles, was in diesen Büchern, Wächter der Macht, gesagt wird? Ja. Aber wen juckt's? Ganz ehrlich, wen juckt's? Troy dachte sich, komm, Troy. Er hat sechs Bücher geschrieben. In dieser Reihe Wächter der Macht und Verhängnis der Jedi-Ritter. Er konnte sechsmal ordentlich masturbieren. Vermutlich noch mehr pro Buch. Und damit war er glücklich. Und, ja, ist ihm doch scheißegal, wenn das keinen Sinn ergibt. Ich bin gerade nervlich am Ende. Ich möchte nur noch meinen verfickten Kopf gegen die Wand dämmern, ganz ehrlich. Oh, und, und, weil das fair von Aaron Olsten ist. Wir haben einen Nebenplot rund um Wedge Antilles und seine Tochter Silentilles, die uns hier erst mal so richtig vorgestellt wird. Und sie kämpfen auf unterschiedlichen Seiten und Und dieser Plot ist das einzig Gute am Buch. Er ist komplett irrelevant und hätte rausgestrichen gehört, weil das Buch aufgeblasen viel zu lang ist, okay? Der Plot ist nutzlos, aber er ist der beste Plot, weil es nicht der Hauptplot ist, weil der Hauptplot scheißdreck ist. Der Wedge and Tillis Plot ist gut, er ist okay. Das war's. Das ist meine einzige positive Anmerkung zu diesem Roman. Lest es nicht. Auf gar keinen Fall. Tja, ich nehme an, meine Meinung zur gesamten Reihe ist schon mal vorweggenommen. Wächter der Macht ist eine Abscheulichkeit. Es ist eine Frechheit, es ist eine Beleidigung des Star Wars Franchise. Wenn ihr denkt, die Star Wars Disney-Sequels, die Sequel-Trilogie von Disney ist scheiße. Wächter der Macht ist auf derselben Ebene. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Denn hier wird Jason Solo vergewaltigt und zu einem beschissenen Charakter. Aber er war davor ein guter Charakter. Und das macht es noch so beleidigender für mich. Das macht es noch schmerzhafter und schlimmer. Im Vergleich mit der Disney-Trilogie, Kylo Ren wurde als beschissener Charakter eingeführt. Und er blieb scheiße und er war immer scheiße. Auch in diesem ganzen Entschuldigungsmaterial, das sie jetzt rausbringen, um seine Vorgeschichte irgendwie zu erklären und Sinn machen zu lassen. Ist immer noch scheiße. Er war immer scheiße. Er war konsistent scheiße. Jason war gut. Dann wurde er scheiße. Es ist nicht konsistent. Das ist da für mich der Unterschied, der Wächter der Macht noch beleidigender macht. Also ja, Intrigen, erstes Buch, es ist scheiße. Und nach allem, was ich gerade gesagt habe, muss ich euch jetzt ins Gedächtnis rufen. Was ich persönlich denke, dieser Roman ist vermutlich der beste der Reihe. Also ja, machen wir uns auf eine wilde Fahrt gefasst. Und hoffen wir, dass ich sie überlebe. Denn das erneute Lesen dieser Bücher zerfrisst mir buchstäblich das Hirn. Und das erneute Lesen.